Das ist ganz, ganz verzüglich hier. Ich wusste ja gar nicht, dass die südafrikanische Küche so pikant ist. Finde ich überhaupt nicht. Also, mir schmeckt es ganz hervorragend, wirklich. Ich habe extra mild gewürzt. Europäer sind ja dann mal viel empfindlicher als wir. Also, Sie, zu Hause, also Sie, noch stärker? Ja, aber sicher. Das macht der Einfluss aus Malaysia auf die Küche am Markt. Und Peri-Peri ist unser Lieblingsgewürz. Ja, der rote Teufel von Afrika. Also, dann ist vor allem die, die Chili nicht vertragen. Also, wirklich, ich könnte es jeden Tag essen, ganz toll. Ja. Ja. Ich habe den Eindruck, es schmeckt Ihnen gar nicht. Ja. 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 Nein, genieße ich erst langsam. Entschuldigung. Macht nichts. 50 Lenners. Ja. Ja, genau sehe ich etwas so. Wo? Mensch, Papa, was ist denn los mit dir? Es tut mir leid, ich kann nicht so scharf essen. Hier, schau mal. Das ist das beste Gegenmittel. Das Fett in der Milch benötigt schärfer. Ich weiß. Oh, schau besser. Kann ich mehr? Also, ich muss sagen, seltsam. Ich dachte immer, es heißt, Rache ist süß. Dabei kann sie auch scharf sein. Das Ganze sollte dir eine Lehre sein, mein Lieber. Nie wieder kuppeln, Herr Konopka. Weiße. Nur mein Essen war so scharf. Ja, schmeckt's? Dann wenigstens jetzt. Ich kann nicht mehr schmecken. Das ist das Peri-Peri, aber das vergeht in ein paar Stunden mehr. Ich muss in meiner Küche ständig abschmecken. Na, vielen Dank für das Essen. Das war... Pikant? Gerne mal wieder. Misch dich einfach nie wieder in mein Privatleben ein. Mhm. Ja? Versprochen? Mhm. Ja? Das war's. Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020